Ich fange gerade an, Weihnachtsgeschenke zu machen und eine Idee war, aus Frottee-Resten und Waffelpiqué etwas Süßes mit meiner Veritas Florence zu sticken. Es ist eine kleine Wolke geworden, die kann man als Waschlappen für Kinder, als Spültuch oder Abschminkpad nutzen. Mega cute! Die Datei ist von Sticktier und die komplette Anleitung findet ihr auf dem DIY-Eule-YouTube-Kanal.